Mehr als 80 Millionen Menschen weltweit haben kein Zuhause mehr. Viele Geflüchtete bleiben zunächst innerhalb ihrer eigenen Heimatländer und ziehen erst, wenn sie dort keine neue Lebensgrundlage finden, in die Nachbarländer weiter. Sie lassen dabei oft ihre Familie und ihr gesamtes Hab und Gut zurück. Sie wissen nicht, wie es weitergeht und haben meist nicht einmal genug zu essen. Helfen wir Menschen auf der Flucht gemeinsam. Mit einem Kehrnahrungspaket das ihnen das Überleben ermöglicht. Vielen Dank!